Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 27. Juli. Heute dabei Slack, Google Maps, Google Street View, Facebook Watch Party und YouTube Kids. Beginnen tun wir mit Slack. Das ist ja so ein Messenger-Chat-Foren-System für die Arbeitsplätze. Also ganz viele Startups benutzen das, diverse Unternehmen auch. Und es gibt natürlich auch noch anderes im Markt, zum Beispiel HipShed von Atlassian und den Nachfolger von HipShed, Stride. Ja, und die werden jetzt von Slack übernommen. Also nicht Atlassian, sondern nur die beiden Produkte, HipShed und Stride und sie werden auch direkt eingestellt. Und dafür wird Atlassian sich auch noch an Slack beteiligen. Also die Verzahn verknüpfen sich so ein wenig, aber es heißt definitiv nach vorne geschaut und dann soll es eigentlich in Sachen Chat-System im weitesten Sinne nur noch Slack geben. Und das Ganze soll passieren bis Februar 2019. Um genau zu sein, der letzte Tag, wo es Dwight und HipShed noch funktionieren sollen, ist der 15. Februar 2019. Also, wenn ihr die Dienste nutzt, dann richtet euch darauf ein, dass ihr euch verändern müsst. Und bestenfalls geht ihr dann auch direkt zu Slack. Die werden entsprechend auch Import und andere Funktionen bereit haben, um den Übergang einfacher zu gestalten. Google Maps Go, das ist die Google Maps App für Android Go Geräte, also Android Geräte mit wenig Hardware, die entsprechend Android Go ausführen. Und da gab es in Google Maps Go eben auch keine Navigation, weil die Apps dementsprechend auch runtergefahren werden. Und da Navigation durchaus ein wichtiges Thema ist, hat Google sich entschlossen, Google Maps Go auch mit einer zusätzlichen App für Navigation zu versehen. Also, die, die Android Go Geräte haben, können sich jetzt auch Google Maps Go Navigation installieren. Und bleiben wir gleich bei Google. Google Street View gibt es auch als einzelne App, wissen auch viele nicht. Unter anderem auch für das iPhone und genau diese App ist nie geupdatet worden für das iPhone X. Ja, also man konnte nie das komplette Display ausnutzen. Und mittlerweile ist das ja sogar Pflicht in App-Updates von Apple. Und deswegen musste Google jetzt nachbessern. Und ab sofort ist Google Street View für iOS auch mit voller Unterstützung für das iPhone X. Facebook. Nächstes Thema. Die hatten ja schon angekündigt Anfang des Jahres, dass es die Funktion Watch Party geben wird. Damit soll es ermöglicht werden, in Facebook-Gruppen und später eventuell auch Facebook-Seiten, gemeinsam in der Community ein Video zu gucken. Sprich, jemand schmeißt ein Video an oder macht sogar einen Livestream. Und gemeinsam guckt man das, jeder logischerweise an seinem eigenen Rechner, zur gleichen Zeit. Also jeder ist an der gleichen Stelle in dem Video oder in dem Livestream. Und dann kann man unten drunter auch in der Community diskutieren. Oder sich gegebenenfalls halt auch mit dem Livestreamer auseinandersetzen, wenn das gewollt ist. Ja, und das ist jetzt weltweit am Ausrollen. Also man kann es machen und Facebook selber wird am Wochenende vom 27. bis 29. Juli auch diverse eigene Watch Partys veranstalten. Mit Promis entsprechend, um das Feature einfach ein bisschen zu pushen. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann guckt mal rein. Ansonsten, ich weiß nicht, ob das Wetter da bei euch mitspielt, um sich da für ein paar Stunden gemeinsam ein Video anzugucken. Da gibt es bestimmt Besseres zu tun. Und, letztes Thema für heute, YouTube Kids. Auch nicht unbedingt mein Thema, sondern eher was für ein Martin. Und YouTube Kids bietet ja Kontrolle über die Videos und Kanäle, die sich Kinder angucken können auf YouTube. Und da gibt es jetzt neue Funktionen in der Version 3.4. Hat man rausgefunden, dass auch einzelne Kanäle und Videos entfernt oder auch zu einer Wildlist hinzugefügt werden können. Und so haben Eltern wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Wenn das für euch ein Thema ist, guckt euch das nochmal an. Und gegebenenfalls hat der Martin da auch demnächst nochmal beim nächsten Update ein paar Infos mehr. Denn der ist ja Papa. Aber nichtsdestotrotz, ab Montag steht er wieder für euch bereit. Wird euch mit News versorgen. Und ich wünsche euch einfach einen tollen Freitag und schon mal ein 1a Wochenende. Und wir hören uns dann, ja, nach Martins Woche auch hier wieder. Bis denn, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.